Herzlich Willkommen zu iPad4Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode von iPad4Productivity und heute mal der Episode zum Thema Teams App. Was ist Teams? Also wenn Sie Teams noch nicht kennen, das ist der Arbeitsbereich von Microsoft Office, in dem man dort für Teams innerhalb eines Unternehmens oder auch unternehmensübergreifend einen Gruppenarbeitsbereich definieren kann. Der ist auf dem PC im Regelfall browserbasiert zu nutzen. Da gibt es auch eine App dafür, die man praktisch als Windows oder als Mac App nutzen kann. Ich empfehle aber im Regelfall auf dem PC die browserbasierte Variante, denn einige Funktionen gibt es nur in der browserbasierten Variante und es ist auch so, dass naturgemäß im Browser Microsoft immer sofort alle Änderungen sofort live geschaltet hat, während das im Programm meistens noch ein bisschen länger dauert. Und auch die Applikationen können Sie nur nutzen, wenn Sie online sind. Also oft ist es ja so, dass Apps eben den Vorteil haben, dass man die Sachen dann auch offline nutzen kann. Das ist bei Teams leider nicht der Fall. Ich bin ein großer Fan von Teams und diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin ja gerade dabei, einen zweiten Podcast auch zu starten zum Thema Office 365 for Productivity. Also da werde ich mich nochmal sehr intensiv mit dem Thema Teams beschäftigen, Ihnen regelmäßig auch Updates geben, denn Teams ist mittlerweile sogar führender als Slack. Also Slack haben Sie vielleicht schon mal gehört, ist ein Kollaborationsdienst, der in Amerika eingeführt wurde, sehr erfolgreich ist und innerhalb von 18 Monaten hat Microsoft dort nicht nur ein Clone geschaffen, sondern ein, wie ich finde, etwas strukturierteres Alternativangebot zu Slack. Und zu Recht, wie ich finde, mittlerweile eine größere Nutzerbasis, da es sehr viel strukturierter ist und da es natürlich in die Microsoft-Welt auch sehr gut integriert ist. Auf dem iPad, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, ist es noch nicht möglich, Teams im Browser zu nutzen. Das finde ich sehr schade, denn auf iOS 13 ist es ja so, dass auch der Safari vom Grundsatz her erst mal die Desktop-Seite aufruft, aber Teams ist dort nicht laufig. Das heißt, Sie brauchen die Teams-App. Und die Teams-App, ich muss ehrlich sagen, so 100% begeistert hat sie mich auf dem iPad noch nicht. Was ich auf dem iPhone extrem schön finde, dass Sie über die Teams-App auf dem iPhone natürlich mit einem dicken Finger sehr viel besser arbeiten können als über die Webseite. Also auf dem iPhone bin ich da total begeistert. Vor allen Dingen, was eben sehr gut ist, es gibt ja die Möglichkeit von solchen Team-Chats. Das heißt, Sie können eben statt irgendwo über nicht-compliance-gerechte Kanäle wie WhatsApp beispielsweise zu kommunizieren, können Sie das Ganze eben über Teams machen. Und dann spart man sich unter Umständen einen Haufen von nicht-compliance-gerechten Messenger-Systemen und man hat es eben immer zu den Teams, zu den Vorgängen zusammen. Also chatten ist super. Was Sie in der Teams-App haben, ist eben dann die Reiter, die Sie zu den Teams haben. Die haben Sie auch in den Teams jeweils, die Channels haben Sie mit dabei und etwas versteckt, wenn Sie mehrere Registerkarten haben, gibt es dann immer nochmal so diesen Punkt mehr und dann öffnet er die jeweiligen Apps dazu. Also er öffnet er beispielsweise die Planner-App und Sie können auch naturgemäß dann, wenn Sie die Planner-App haben, das ist das Pendant zu Trello oder Meistertask, dann können Sie dort sagen, ich öffne entweder die Planner-App direkt und greife auf meine Planner-Boards, die ich selber gemacht habe, von den Teams zurück oder Sie greifen über die Teams-App zurück und können dann eben auf Dateien zugreifen, können auf Planner zugreifen, auf OneNote-Notizbücher. Im Browser ist es dann so, wenn Sie auf dem PC sind, dass Sie das dann regelhaft eigentlich immer im Browser in dieser Registerlasche sehen und die Option haben, wie bei OneNote beispielsweise im Notizprogramm, dann zu sagen, ich möchte es aber in OneNote öffnen. Auf dem iPad ist das Verhalten ein bisschen anders. Da öffnet sich dann eben im Regelfall die jeweilige Applikation. Wenn Sie viel mit Dateien in Teams arbeiten, dann empfehle ich Ihnen noch zusätzlich auf alle Fälle, wenn Sie sie mit Sicherheit dabei haben, die OneDrive-App zu installieren. Und was Sie nämlich machen können, wenn Sie in Teams auf Ihrem PC in einem Channel, in einem Kanal auf den Bereich Dateien klicken, dann gibt es dort, in Sie die Dateien sehen, einen Bereich in SharePoint anzeigen. Und wenn Sie das machen, öffnet sich eine Seite mit SharePoint und dort sehen Sie dann entweder sofort den Befehl Dateien synchronisieren oder Sie müssen auf diese drei Punkte nochmal klicken, wenn die Bildschirmauffahrlösung nicht groß genug ist und dann sagen Dateien synchronisieren. Dann fragt er Sie, ob die Dateien mit OneDrive synchronisiert werden sollen. Wenn Sie dem zustimmen, dann sehen Sie in Ihrem Windows-Datei-Explorer auf dem PC, sehen Sie dann wunderbar neben Ihrem eigenen OneDrive, sehen Sie eben auch dann meistens mit so einem Firmengebäudesymbol, sehen Sie dann eben auch die Dateibereiche Ihrer Teams. Und wenn Sie die OneDrive-App auf dem iPad installiert haben, dann haben Sie hier verschiedene Bereiche. Dann sehen Sie nämlich die freigegebenen Dateien und ganz rechts gibt es einen Befehl, wo Sie die Bibliotheken sehen. Und in den Bibliotheken, das sind Ihre Teams-Arbeitsbereiche. Und das ist ziemlich cool, denn hier haben Sie nicht nur die Möglichkeit, wenn Sie drauf tippen, gibt es immer so eine grüne Zwischenseite von SharePoint. Wenn Sie dann nochmal drauf tippen, kommen Sie auf die Dokumente. Dann wird es wieder blau und dann haben Sie die gleichen Möglichkeiten, wie Sie die haben in OneDrive generell. Und vielleicht haben Sie schon mal festgestellt, da gibt es rechts daneben drei Punkte. Und wenn Sie auf die drei Punkte tippen, können Sie sagen, auch für Offline-Verwendung herunterladen. Und dann können Sie auch auf dem iPad in der OneDrive-App dann entsprechend Ihre Teams-Dateien offline mit dabei haben. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr klasse finde. Ich habe jetzt gerade erst letzte Woche bei einem meiner Kunden ein Training gemacht für eben die Office 365-Nutzung auf dem iPad. Und da haben wir uns genau das angeguckt, wenn Sie eben mit Teams arbeiten, dass Sie sich die eben dann auch im Windows-Dateimanager eben synchronisieren können. Mit OneDrive dann sogar noch sagen, wollen Sie die immer offline oder wollen Sie die nur anzeigen und bei Bedarf runterladen einstellen können. Und das gleiche auf dem iPad. Also vielleicht wird auch an dieser Episode sehr deutlich, wieso der Jäkel jetzt auf einmal nicht nur ein iPad, sondern Office 365 macht. Denn es ist eben so, dass diese beiden Sachen sehr intensiv zusammenhängen. Die meisten meiner Kunden setzen mittlerweile eben iPads und Office 365 ein. Und für mich ist es eh nur eine Frage der Zeit. Denn heute ist es so, dass Sie Office und Windows noch in Einmal-Lizenzen kaufen können. Das wird über die nächsten Jahre umgestellt. Das heißt, dann können Sie es nur noch in dem Abo-System Office 365 dort entsprechend auch beziehen. Und das Schöne ist, es geht heute schon sehr viel auf dem iPad. Und das kommt mit Release zu Release mehr dazu. Also jetzt gerade vor kurzem ausgerollt private Channels. Also wo Sie sagen, für einen Channel gibt es nur bestimmte Leute, die darauf Zugriff haben. Also da tut sich wirklich eine ganze Menge. Deswegen habe ich auch beschlossen, ja einen weiteren Podcast zu eröffnen, nämlich mit dem Thema Office 365 for Productivity. Wenn Sie den noch nicht haben, suchen Sie einfach nach Office 365 for Productivity oder Jäkel. Da finden Sie dann meine Podcasts, die entsprechend dabei sind. Sollten Sie noch weitere Fragen haben zum Thema Teams, zum Thema Office 365, sei es auf dem iPad oder auf dem PC, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an t.jäkel.jäkelteam.de und gern kriegen Sie natürlich auch das Transkript dieser Episode, weil gerade wenn ich da wieder sage, mit drei Punkten und rechts oben und so weiter, dann ist das vielleicht manchmal, wenn man es im Auto hört, etwas schwieriger. Somit freuen Sie sich, wenn Sie das Transkript sehen. Gerne jederzeit einfach eine E-Mail an t.jäkel.jäkelteam.de schreiben. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie produktiv mit Office 365 und dem iPad sind und vor allen Dingen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Ihr Thorsten Jäkel Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jäkel und ich mache Unternehmen mit dem iPad produktiver.